und wunderschönen gute damen herren das ist das blick ja das ist mein neues aussehen das ist mein ich bin im cosplay hier ist ja aus wie dämon nein spaß hier oben eine festgebnis hier oben ja wir spielen david share ich habe absolut keine ahnung was mir war ich habe extra mich ein bisschen angepasst dass sie ein bisschen dunkel ist in der hoffnung dass das alles so gut passt also wir haben jump space wer ist die weapons 1234 ja vorher und sowas umgehen aber ich bin auf play keine arme für ein spiel ich habe mich ein trailer bin ich habe absolut gar keine ahnung ich habe mich von frischen kaffee gemacht explose gas station die gas station die tankstelle ok was haben wir hier hallo search for tools ich würde sagen dass das gäbe grün leuchten was hältst du das normal hält kollege kollege schnüschel 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 halt das hier sind der rote menschen was bist du oh gott du bist nicht gut du bist gar nicht gut du bist auch nicht nett kann ich hier rein ohne zu verrecken ich glaube das nicht richtig vom spiel kollege was ist dein ziel wer konnte denn ahnen dass diese vier jetzt durchgehen damage machen da dann geh weg du lag auf was so 50 also so gesund siehst du jetzt nicht aus na ja gut habe ich gesagt habe ich kann ich die schade machen ok ich gehe wahrscheinlich auch donuts cookies lecker 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 kann ich nicht öffnen nein weil ich habe irgendwelche schlüssel gefunden so du spastiker ich habe eine mission erfüllt da oben ich habe vor der tats gefunden und ich habe ein key womit ich gerade ich sage gar nichts anfangen kann oder was finden eigentlich hier gemacht menschen geopfert oder so die sind halt komplett was kann man alles machen dieses spiel wir können hier herlaufen rumlaufen alles klar die sterben auch ich bringe einfach mal alle um die ähm irgendwie gemein rüber kommen aber ich kriege für jedes haustell neue aufgaben oder kollege ah ok so hier tut ihr schon mal ein paar stand da gerade wie er fließt zum was weiß ich was bringt ja gar nichts zu bekämpfen wenn wir hier neu sparen ok ich gucke mal eben ob dahinten aber neue waffe spawnt was das für ein witz was soll ich machen ich habe keine munition gar nichts ein bisschen abgucken ja treten ein bisschen auf euren freund herum jetzt rennen wir einfach geradeaus gehen durch die tür gucken was wir looten können und dann hoffen wir es überleben anscheinend wissen die flieger sowieso immer wo wir sind ob da sich mehr an wände zwischen sind es dir noch egal ja gut ok wie kann ich denn jetzt alles klar die lampe glitscht durch den tisch ist ja natürlich wunderbar im spiel wenn die mistik hier sind aber auch überall go into the store ok naja ich dann tritt die munition so auf geht zum store so so mal ein bisschen gucken wir müssen feuer machen oder so so stirb ja auch nochmal feuer ok jetzt haben wir feuer hallo ok passt auf so uns hier die muni und ok kapisch das spiel habe ich eigentlich verstanden das können wir eigentlich durchspielen denke ich schon aber wir halten aber unterventionen das heißt hier kommt her hier dumm zack hallo weg nachladen zack weg schön feuer abend adios stirb du dämonisches vieh goodbye fahr zurück zur hölle hölle fahr zurück zur helle gott du wolltest mich erschrecken so hier habe ich tatsächlich alles und hier wird eine Shotzone sein Kollege wo ist die Shotgun wo ist die Shotgun ah Shotgun so ach guck mal kriegt die einfach damage das spiel ist aber nur schlecht programmiert hu hu nice bist du huiuiuiui weg ok fliegende Schlüssel was ist das hier keine ahnung ach keine ahnung also wie kann ich das so lange überleben ohne mich zu heilen muss ich ja gucken wie ich mich immer positioniere so jetzt kommt noch ein dritter da ist er ein zwei drei drei also ich sehe ja nicht mehr wie ich sterbe aber egal kein Problem bei uns einfach die Waffen wieder ja hallo und es sei doch Fuseli dass man richtig Angst bekommt dumm da dumm da dumm da dumm da dumm finde ich einmal f ihn lines und zwar aber Es ist nicht fair, wie diese Viechersporen. Habt ihr gesehen? Einfach maximal unfair. Weil ich mich nur gerade frage, kann man sich hier nicht vielleicht heilen? Hier oben soll ich irgendwas collecten? Dann machen wir das auch gleich, denke ich mal. C4. Go into the house. Ich bin im Haus. Okay, die Divid-Washer passen bevor sie fertig sind. Was?